Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über Artbildung. Welche Gründe gibt es für die Trennung einer Population? Was ist eine endemische Art? Wie geht Artbildung von Staaten und welche Formen gibt es? All das erfahrt ihr jetzt. Wenn man von Artbildung spricht, muss man zunächst einmal wissen, was überhaupt der Grundprozess ist. Grundprozess der Artbildung oder auch Speziation genannt, ist die Separation. Eine im genetischen Austausch stehende Art wird durch äußere Einflüsse am genetischen Austausch gehindert. Die Separation ist also die Trennung und der Grundprozess der Artbildung bzw. Speziation ist diese Trennung. Gut, aber warum findet jetzt so eine Trennung überhaupt statt? Welche Gründe gibt es, dass sich eine Population trennt? Man nennt das Ganze übrigens Isolation. Sehr häufige Gründe sind zum Beispiel klimatische Veränderungen. Dazu zählt Vereisung oder Versteppung oder die Wüstenbildung. Geografische Veränderungen sind aber auch sehr wichtig. Dazu zählt Senkungen des Landes, Steigen des Meeresspiegels, Aufwerfen einer Bergkette oder die Trennung der Kontinente. Und dann gibt es noch einen dritten Grund, warum sich Populationen trennen können und das sind die Gründerindividuen. Zunächst sagt euch das wahrscheinlich nichts. Was sind Gründerindividuen? Man versteht darunter, dass zufällige Erreichen bzw. Besiedeln schwer zugänglicher oder neu entstandener Gebiete durch kleine Populationsgruppen. Ein typisches Beispiel sind hier zum Beispiel Reptilien. Reptilien erreichen Hawaii. Hawaii ist vulkanisch 300 Kilometer vom Kontinent entfernt und das Ganze mithilfe eines Stück Treibholzes. Also diese Gründerindividuen bedeuten zufälliges Erreichen von schwer zugänglichen oder neu entstandenen Gebieten. Typisches Beispiel zum Beispiel, wenn Tiere einen neuen Ort besiedeln, weil sie durch Zufall mit einem Treibholz dahin gekommen sind. Also das sind so die drei häufigsten Gründe, warum sich eine Population trennen kann. Häufig wird in diesem Kontext auch über den Begriff der endemischen Art gesprochen. Aber was ist überhaupt eine endemische Art? Endemische Arten sind zunächst Arten, die nur in einem eng begrenzten Gebiet vorkommen. Diese Arten, die nur in diesem eng begrenzten Gebiet vorkommen, werden als endemisch bezeichnet. Ein typisches Beispiel sind hier die Galapagos-Insel. Ein Großteil der dort lebenden Reptilien bzw. Darwin-Finken kommt nur genau hier vor. Wenn ihr mehr über diese Darwin-Finken wissen wollt, dann empfehle ich euch dieses Video hier. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Als weiteres Beispiel für endemische Arten ist aber auch Madagaskar zu nennen. 90% der Säugetiere sind hier endemisch. Kommen wir nun aber zum eigentlichen Hauptthema, nämlich wie Artbildung von Stadten geht. Man kann das Ganze in vier Phasen einteilen. In der ersten Phase haben wir eine einzelne Population. Innerhalb dieser Population gibt es graduelle Merkmalsabstufungen. In der zweiten Phase lassen sich mehrere Merkmale bzw. Unterschiede feststellen. So bilden sich Teilpopulationen. Und dann kommen wir zur dritten Phase. Wir haben äußere Einflüsse. Durch äußere Einflüsse vergrößern sich die Unterschiede in den beiden Teilpopulationen. Es bilden sich Unterarten. Bei Kreuzung beider sind Nachkommen nicht mehr überlebensfähig. Und in der vierten und letzten Phase haben sich die Genpools der beiden Unterarten vollständig differenziert. Es sind nun neue Arten entstanden. Eine Kreuzung zwischen ihnen mit fertilen bzw. lebensfähigen Nachkommen ist nun nicht mehr möglich. Jede nach diesen vier Schritten gebildete Teilpopulation weist eine Reihe von Unterschieden auf. Und diese drei schauen wir uns jetzt einmal an. Erstens. Jede Teilpopulation hat nur noch einen Teil des ursprünglichen Genpools. Durch Mutation entwickelt sich jede Teilpopulation anders. Unterschiedliche Umweltbedingungen bewirken dann die Entstehung von sogenannten Eigenschaftsdivergenzen. Eigenschaftsdivergenzen, das sind Abweichungen. Also unterschiedliche Umweltbedingungen bewirken die Entstehung von Abweichungen. Wenn wir jetzt wissen, wie Artbildung von Stadten geht und was die so entstandenen Teilpopulationen für Unterschiede aufweisen, schauen wir uns die drei wichtigsten Formen der Artbildung im Überblick an. Beginnen wir zunächst mit der Population und geografischen Veränderungen. Haben sich die Populationen durch geografische Veränderungen in verschiedene Gebiete separiert, spricht man von allopatrischer Speziation bzw. allopatrischer Artbildung durch sogenannte räumliche Sondierung. Jetzt haben wir den zweiten Fall. Die kontinuierliche Abwandlung einer Art im Laufe der Zeit. Wie bezeichnet man diese? Man nennt das Allokrone-Artumwandlung. Also die kontinuierliche Abwandlung einer Art im Laufe der Zeit wird als Allokrone-Artbildung bezeichnet. Gut, und jetzt haben wir Fall 3. Wenn eine Art in zwei Schwesterarten aufgeteilt wird, also eine Artaufspaltung, dann spricht man von Synchrone-Artbildung. Und dann werdet ihr sicherlich denken, halt, stopp, es gibt noch eine vierte Artbildungsform und da habt ihr recht. Das ist die sympathische Artbildung. Die ist aber etwas komplizierter, daher braucht sie eine ganze Folie. Schauen wir uns diese zum Schluss also nochmal an. Die sympathische Artbildung erfolgt innerhalb ein und desselben Lebensraums, also ohne räumliche Isolation. Als Ursache der Artbildung wird eine biologische Fortpflanzungsschranke ausgebildet. Aufgrund dieser ökologischen Isolation kann eine getrennte Entwicklung erfolgen. Eine sympathische Artbildung erfolgt auch, wenn eine biologische Fortpflanzungsschranke infolge einer Genommutation entstanden ist. Dabei handelt es sich um genetische Isolation. Bei Pflanzen ist diese Form weit verbreitet, bei Tieren ist die Bedeutung dieser Form umstritten. Das liegt daran, dass die Verdopplung des Chromosomensatzes bei Pflanzen stark verbreitet ist. Als Beispiel kann man hier die Rose nennen. Unser Fazit zur sympathischen Artbildung ist also welches? Die sympathische Artbildung geht von einzelnen Individuen aus und geht von dem schlagartigen Aufbau eines Isolationsmechanismus aus. Über Fortpflanzungsschranken sprechen wir aber in einem eigenen Video nochmal genauer. Link dazu ist auch unten in der Videobeschreibung. Und das war das Wichtigste zum Thema Artbildung in diesem Video kompakt zusammengefasst. Ich hoffe, ihr habt das alles gescheckt. Schreibt mir doch mal Hashtag Artbildung alles klar in die Kommentare, wenn es euch gefallen und geholfen hat. Liked das Video und abonniert den Kanal, das hilft mir nämlich sehr. Und wenn ihr euch weiter zum Thema Artbildung informieren wollt, dann schaut euch doch mein Video zur Artkonstanz versus der Artumwandlung an. Dort klären wir die Unterschiede dieser beiden Begriffe und damit wünsche ich euch einen schönen Tag, viel Erfolg beim Weiterlernen und bis zum nächsten Video. Ciao!